heidi ho meine amigos und herzlich willkommen zu einem weiteren info video ja es kommt wieder der ark sommer bash und wir schauen gemeinsam rein was der alles so drauf hat hier und somit haben wir das video auch schon durch und zwar der community crunch 73 summer event and more meine freunde und zwar gestartet das am 30 juni und geht bis 14 juli sollte eigentlich auf allen plattformen kommen okay man muss natürlich das sommer event aktivieren es gibt für öffentliche server blablabla dreimal xp habe es im plan ihr seht ja die standard sachen die items sommer zwirl taffi ich habe keine ahnung was das ist aber auf jeden fall ist es nichts neues weil die neuen sachen haben wir hier emote hula dance emote die finde ich ganz cool die dance emote sind ganz geil flip in place emote das wird zum backflip sein schätze ich mal hula sollte eigentlich klar sein skins gibt es auch was neues in flabtex kostüm das war das wir mal gesehen haben hawaii shirt patterns hawaii swimsuit schwimmanzug retro sunglasses also sonnenbrillen flappis raw summer hat also sommer hut und angler hut das sind die neuen skins und auch schimmies kommen wieder neue vom main wing von space dolphin white worm deal with it dodo und straw hat otter also otter mit schroth sehr geil die ganzen farben was halt wieder draußen sind ihr wisst ja mit den candies und so weiter und so fort und ja ganz kurz und knapp für euch die neuesten infos also das sommer event startet wie schon hier gelesen am 30 juni jetzt aber bei uns dann am 31 der alte 31 wir werden es erleben leute also freut euch drauf und viel spaß im sommer event